Deswegen ist es auch mal weg. Oh, da sind wir so noch Altspingen gewesen. Aber wie es aussieht, kriegt er jetzt schon wieder keine Erfahrungspunkte mehr. Es ist bitter, dass dem sein Level so niedriger halten wird. Lasst euch das Leben aufs Aufmerksamkeit ab. Sehr schön. Vorsicht! Forschung abgeschlossen. Jetzt, Frostmohn! Was ist das diesmal? Jetzt haben sie ungefähr vier Rüstungen. Jetzt sollten wir was anfangen können. Er hilft mal denen. Ich bin jetzt mal reparieren. Ja, alles geklappt. Ja, alles geklappt. Die kann ich mir noch nicht leisten. Ich habe nämlich auch das leichte Gefühl, dass hier der Zigguratz nicht ausreicht. Das reicht. Ah, nee, zu machen ist keine politik. Aber da könnte ich noch einen hier. Ich gehorche mit Freuden. Ist es annähernd zu? Ja, Meister. Aber... Wo soll mein Blut vergossen werden? Sprecht, Dummkopf! So. Jetzt wollte ich nämlich die Sachen noch erforschen. Gibt mir das Zeug... Besser das Zeug zu haben, als es nicht zu haben. Ah, endlich! Falls ich mal meine Bule als Abwehr-Einheit nutzen muss. So. Jetzt haben wir natürlich ordentlich Holz. Ich lasse auch einen Bule weiter sammeln. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Aber die anderen schnappe ich mir als Einheiten. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, damit ich noch ein paar Nahkämpfer habe. Na, kommt her, ihr Penner. Da hätte ich fast den Angriff nicht mitbekommen. So, warten wir kurz ein bisschen wieder. Hochregeneriert haben, über die Aura. Obwohl, rein damit. Gehen wir auch so hin, auf der anderen Insel. Und alle entladen. Das ist jetzt kein besonderer Scheißturm mehr. Der mich nerven wird. Sollten wir so hinkriegen. Sie stehen hier bereit zur Evakuierung. Frostmohn hat Hunger. Eine Attacke. Endlich. Das ist schon besser. Frostmohn hat Hunger. Ah, endlich. Oh, schon abgeschlossen. Immer erst die Priester. Schau. Was ist das diesmal? Endlich. Jetzt Frostmohn. So. Frostmohn hat Hunger. Dann hat man hier das da. Ein Teil davon übernimmt jetzt schon das. Oh, da ist noch einer. Ich kann nicht sehen. Frostmohn hat Hunger. Jetzt Frostmohn. Sehr schön. Danke fürs Runterholen. Zurück, zurück, zurück. Hat ja auch noch einer. Sprecht, Dummkopf. Eieieiei. Eieiei. So viel unterschiedliche Einheiten gerade. Und erteilt mir Befehle. Zurück, zurück, zurück. Einheit ist zu teuer, das würde verlieren. Jetzt brechen die beiden. Nehmt jetzt das da. Ausfohren. Arthas nimmt das da ausfohren. Endlich. Jetzt werdet ihr leiden. Ja, ich glaube, die könnten mir gefährlich werden gerade. Dementsprechend aber eins mal blatt gemacht. Jetzt Rückzug. Ungläubige haben unsere Streitkräfte. Unsere Verteidigung gestürmt. Ja, die Frau Windrunner und ihre Ballisten sind mies. Aber jetzt haben wir auch genug Geld, um was zu machen. Das andere Teil ist auch nur noch. Ein Klacks entfernt. So. Niemand erteilt mir Befehle. Weg mit dir, du blöde Windrunnerin. Und dann baue ich einen, der die Zigurats wieder aufbaut. Hihi. Weiße. Das ist jetzt aber wirklich gerade so ausgereicht, bis ich wieder da war. Was ist das diesmal, euer Befehl? Das ist bitter. Meister. Meister. Ja, Meister. Euer Wille geschehen. Es ist mehr Gold erforderlich. Nicht beschwören. Naja, wenigstens das Geld ist überall drin. Vorsicht. So, dann geht's wieder auf die andere Seite. Sprecht, Dummkopf. Und dann hole ich mir da die Mina. Ach, jetzt kommen die mitgezerbt liegen. Was ist das diesmal? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, kommt schon. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Vorwärts. Die Verdammten stehen bereit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Alle nochmal sammeln. Dummkopf. Jetzt so ganz vorwärts. Schlau rüber damit. Da sind vier Stück. Meiner kommt noch. Ich warte. Die Verdammten stehen bereit. Ich wünsche nur zu dir. Rüber mit dir. Dann mal Sturmangriff. Ausbau abgeschlossen. Frostmone hat Hunger. Jetzt Frostmone. Vorwärts. Jetzt folgt das Leben aus. Vorsicht. Das da unten juckt gerade noch nicht. Erstmal hier oben. Das Arkane Studium weg. So. Einmal das da hin. Jetzt Frostmone. Kann man da eben einsetzen. Was ist es diesmal? Ja. Hoch. Au. Da vorne ist ein Teleport. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht. Das ist schon besser. Dann machen wir hier doch mal die Elfengebäude weg. Da sind die Zeppeline hier in der Nähe. Falls ich schnell weg muss. Da vorne bauen wir dann auch wieder eine Ziggurat-Reihe auf. Und mal mit dem Zeppelin jetzt. Die anderen. Sprech. Dummkopf. Nach rechts. Oder? Ja. Ne. Nicht unbedingt. Ich glaube ich brauche ja nur... ...drei Altäre. Endlich. Aber nee. Erstmal platt. Den Turm da brauchen wir auch nicht. Geht auch erstmal ignoriert. Die zwei kann ich noch mitnehmen. Ein mit euch. Wobei ich glaube da warte ich lieber... Ihr könnt mal da helfen. Und damit haben wir den ersten Teil des Mondschlüssels. Die Beschwürrung. Dieser Mondkristall ist Bestandteil des Schlüssels der drei Monde. Die beiden anderen Kristalle müssen gefunden werden. Soll das Elfen-Tor sich auftun. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ist gewohnt. Elthusa hat... ...wird gemacht. Dafür muss ich jetzt aber erstmal... ...hier noch eine ganze Bataillon abwehren. ...was mich ein bisschen was gekostet hat jetzt. Produzieren. Ich ziehe es denn aus mit dem Holz. Ja, der Kohl ist natürlich dabei. So, komm, dann lasse ich mal die da unten gerade. Ich hab's! Unsere Goldmine ist fast erschöpft! Vorsicht! Und nicht der Ummaß auf. Die Goldmine ist fast erschöpft sogar noch. Ach, das ist doch scheiße. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ist da jetzt richtig scheiße. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf! Ah, endlich! So, macht sie platt. Was ist es diesmal? Endlich! Wie schaut's hier drüben aus? Ah, endlich! Ah, das ist auch mal so ein paar Schal. Guck mal lieber in den Zippeling rein. Kann man da drüber segeln. Ah, jo, kann man das. Aufschlitt. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Entschuldige, eine Gruftbestie. Ging nicht anders. Musste mein Leben retten. Das da oben ist ja eine richtige Festung. Das hier mit den Türmen ist auch gut gemacht. Ah, damn it. Was ist es diesmal? Endlich! Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Was ist es diesmal? Endlich! Das ist schon besser. Endlich! So, das große Problem dabei ist jetzt, dass die Türme relativ gut etwas aushalten. Und ich eigentlich gerade nicht das Zeug habe, um mir da Belagerungstürme zu bauen. Die können aber immer hier hin und her. Das heißt, das nächste, was ich platt machen müsste, wäre das hier oben. Das linke. Und deshalb machen wir das auch. Und da kriegen wir bestimmt noch eine Goldmine her. So, kann ich jetzt leider nicht warten, beziehungsweise sie sind eh voll. Und dann schmeiße ich die direkt mal da vorne raus. Könnt mal zwischenspeichern. So, und weg mit euch. Da habe ich einmal die gesamte Armada. Vorwärts. Niemand erteilt mir Befehle. Kombinierter Angriff. Alles andere bringt hier nix. Ungläubige haben unsere Versteigerung gestürmt. Unsere Streichkräfte werden an der Rüstung. Ungläubige haben unsere Versteigerung gestürmt. Ich glaube, es baggert jetzt ausgerechnet. Toll. Komme ich nochmal zurück. Gut, dass wir gerade gespeichert hatten.